der fc ingolstadt gewinnt gegen den darmenstädter fußballclub darmenstadt 98 verliert und durch diesen sieg von ingolstadt ist duisburg und magdeburg abgestiegen was ich schade finde ich zu duisburg sympathiert habe aber während der saison so spielt hat sich alles verdient muss man einfach mal so sagen deswegen auch zwei modis denn im endeffekt bin ich happy sie haben verdient gewonnen ich mag ingolstadt ich bin traurig dass duisburg abgestiegen ist ja aber muss man jetzt mit leben bin ich ganz ehrlich ist so akzeptabel und das spiel heute noch mal von ingolstadt fand ich war da haben sie noch mal alles rein gefeuert um den abstieg schon mal also den direkt abstieg schon mal zu vermeiden und sich chancen aufzuheben ob jetzt noch der klassenerhalt oder die reikation das erst mal eine andere sache aber schon mal um nicht abzusteigen was für die ingolstadt sehr wichtig ist und deswegen verdient der sieg ingolstadt schade für magdeburg und schade für duisburg